Ihre Firma hat also dieses Produkt entwickelt. Und mal ganz ehrlich, es wird die Welt verändern. Es wird einer Menge Menschen helfen, Zeit und Geld zu sparen. Und sowieso ist es einfach genial. Leider müssen Sie, bevor Sie die Welt erobern können, erstmal allen Menschen erklären, wie Ihr Produkt überhaupt funktioniert. Und das kann manchmal echt nerven. Und nun? Bumm! Jetzt gibt es Funky-Animationen. Funky entwickelt kurze Animationsfilme, um Ihre Produkte zu erklären. Wir reduzieren die Informationen über Ihr Produkt, sodass alles in ein 75 Sekunden Video passt, das wirklich jeder versteht. Sobald Sie also Ihr Video haben, können Sie anfangen, Ihre Idee mit allen Menschen zu teilen, damit jetzt jeder versteht, was Sie eigentlich tun. Jetzt bleiben Sie auch nicht mehr stecken, wenn Sie versuchen, Ihr Produkt zu erklären. Und das ist echt super. Funky. Große Ideen, einfach erklärt.